Hallo, ich bin der Jammerlappen und ich hoffe es ist noch nicht zu spät und Sie haben diesen Matthias Fischigick noch nicht engagiert. Ja genau, das ist er. Dieser Mann ist gefährlich. Der behauptet doch tatsächlich, man müsste nicht jammern und hätte sein Glück und sein Erfolg selbst in der Hand. Und ich habe nicht mal Hände. Also halten Sie sich lieber fern von dem. Bleiben Sie lieber bei mir. Ich kann Ihnen die schönsten Leidensgeschichten erzählen. Immer und immer wieder. Also von diesem Fischigick sollten Sie wirklich Abstand nehmen. Engagieren Sie den auf keinen Fall für einen Vortrag oder ein Seminar oder am Ende sogar für ein Einzelcoaching. Das könnte nämlich Ihr Leben und das anderer Menschen verändern. Und wer will das schon? Ach du meine Güte, das Ganze hat mich jetzt so aufgewühlt. Ich muss jetzt erstmal meine Gefühle sortieren. Und du guck mich nicht so an.